UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sind Sie jetzt ein anderer Mensch? Und jetzt? Ich könnte jemanden begegnen und Was macht mir Angst? Ich will wissen, was mit diesem Damenmann ist. Was willst du von mir? Ich will dir helfen, du Arschloch. Ich hab auch mal Scheiße gebaut, aber das ist vorbei. Sie wollen ein neues Leben anfangen. Wieso bekomme ich kein neues Leben? Ich will mich nicht dauernd umgucken müssen. Vielleicht sollten Sie aber genau das. Erst einmal zurückblicken. Was machen wir hier eigentlich? Sie müssen aufhören damit. Was mach ich denn?